Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit Automatic Love. Oh ja, da hast du recht. Wir stecken wohl jetzt da ziemlich in der Scheiße mit den Klos. Sonst noch was zu sagen? Nee. Was? Sonsten, all night, every night. Don't be soft. Upgrade now. Ah, shit. Ah, shit. Was ist das? Er ist fertig. Ich möchte, dass du jetzt leben möchtest. Ich bin schon bereit. Was willst du von mir aus? Ich muss eine Ge-out-of-Jail-Free-Card wegnehmen. Ich wäre ein fucking fool, nicht zu nehmen. Ich und Arasaka... Wir haben eine halbe Jahre altes Jahrzehnte, und ich will es machen. Das ist das, was ich für dich brauchen. Ich habe noch nie getrennt in eine Terrorist-Cell. Ich fühle mich sehr gefühlt, eigentlich. Hör, ich weiß, was ich. Wo können wir deine Leben retten? Wer kann uns das helfen? Du sollst den Schiff, ich werde Sokka-Saka-Win-Win-Kid. Soul-Killer ist das, was wir brauchen. Und Mikoshi ist das, was wir holen. Nito, du bist nur eine irritierende Hallucination, richtig? Du bist nur ein Geist. Und du bist ein Geist. Du bist nur 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 ein Geist. Aber es sollte sein, ich habe versucht, zu helfen. Du musst etwas zu finden. 7 Letters. Starts mit einem M. Mikoshi. Okay, so... ... das Mikoshi. Was ist das genau? Okay, Basics. If you're jacked in, cruising the net. Arasaka can use Soul-Killer. An AI. To trap, fry and pack away your psyche, your mind and your soul. Following so far? Na, nicht ganz. ... 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